Das hat total funktioniert. Gut, gut, gut. Gut zu wissen, gut zu wissen. Schade, so eine Ahnung, so eine Vielsehung, aber das tatsächlich so funktioniert. Gut, gut zu wissen. Und da will auch allzu weit weg aus. Komm mal mit. Und du... Och. Komm dir mal. Ich muss nicht von ihm drauf untergehen und dann geht der Kamehame hat. Und du musst ihn noch eh hin davon haben. Okay, kriegst du die Schuld. Okay, hin, du können uns nichts twirlen. Du haben uns auch mal köscht. Gut. Kiste, 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 Kiste. Kiste, äh ne, Tüte aus Papier sperren wir die Krabbeltier. Von raus auswählen. Oder von wo das aus? Nicht auswählen, von wo das aus? Kiste aus Papier sperren wir die Krabbeltier. Ja. Ich konnte es mal auswählen, von so einer Zeit. Jawohl, haut. Kann ich es nicht auswählen. Ein bisschen schwöre das. Weil relativ interessant das. So noch nicht verwöhlen das. Komm. Kiste aus Papier. Sperren wir das Tier von Krabbelmann. Okay. Geht auch noch durch in der Entfernung. Gut, gut, gut. Okay, dann haben wir die auch gemacht. Dann schluss noch die Dealer-Absammlung, die wir brauchen. Und da kann ich vielleicht auch fortflähen. Ob hier, wenn ich meine, dann haben wir aber ein bisschen geholt läuft. Da muss ein Kerl. Das ist ein Weibchen. Das ist egal. Das ist ein Kerl für mich noch einmal. Ja. Ja. Das ist schonmal... Fand ich schon ein bisschen interessanter was für Pippeln auszuschalten. Fand ich schon mal. Willkommen! Willkommen! Oh cool, ich habe meine Brust. Oh, die ist sehr cool. Sie seid... ein bisschen als wie Schuchgemäße. Da ist cool, die dort dann. Ja, das wäre auch nicht schlecht. ok ok muschler sowieso dich noch also nicht geahnt hat und ja auf auf und davon bewegt und das war so und weiß nun dass was man tun das was man so gut um hier sind Ich bin der Meinung. Ich denke, wir hören sie am Repertoire dran. Ich weiß auch nicht, dass sie noch viel sind. Ich weiß noch nicht. Weil für meinen Team hinter sich schon immer um neue Cool-Set zu sein, ja. Schon so wenig, weil ich so wenig mache, dass ich hier nicht alle Tipps gespielt habe. Oder alle Häuser wiederum an der Welt. Ja, ich weiß nicht. Das ist eine Reihe. Das ist schon eine extra Reihe. Ich hoffe noch nicht alles, ob das heute geht und noch mal geholt. Ähm. Ich komme noch schnell. 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 Ähm. Quatsch aufgehen. Ah, okay. Ja, ja. Ja, ja. Es ist schön, dass ich helfe. Okay, cool. Ist doch fertig. Da gibt es so ein Flamerlo. Bei ihr ist äh. Äh. Zingelo. Bei ihr ist Dingelo. Bei ihr ist Quatsch. Bei Theramore. Da haben wir dann drei Stück aufzugehen, wie ich gesehen. Ähm. Theramore. anyways. Oh, na. Oh, na. Und dann ja, wenn wir die Chance haben, sind wir fertig, ich habe ja mit Rost, weil die Rost haben wir ja eigentlich komplett durchgeholt. Ich habe ja den Takt, wenn sie mal ein bisschen zu laut machen. Was ich so machen, ich schicke euch in Brachland, ich schicke euch hier hin. Ich will tausend Niedels für dich machen, für die Garten geht es dann. Jetzt fahren wir raus, warten wir mal und rein. Und dementsprechend haben wir das, weil wir ja in der Quest viel bisschen folgen und ein bisschen Flow drucken wollen. Und ja, genau das wollen wir machen. Okay, mit der Formel rupflatschen, das ist halt fit, die Treppe rup zu gehen, das ist halt wirklich fit. Ja, aber der Lift halt halt noch mal fit, weil da nur ein Schuss kommt. Nein, ich meine das nicht. Okay. Okay, erzähl ich schon mal hier, eh mal. Quest beenden. Den zweiten. Quest beenden. Schwarz ist schön. Äh, schwarzes Schild. Ähm, okay. Okay, kärze. Äh, ja. Ich kann gar nicht überzählen, wo ich hier hin. Ich glaube, ich kann kurz drauf gehen. Okay, dann gucken wir mal. Okay, da. Und dann nur da hin. Okay, ich wollte. Ich habe ja nicht mehr viel mit dem Wert gehän, das ist mir so, ich glaube, es ist mir egal. Das heißt, ich habe ja noch mal, äh, mal gespielt, was ich da gehän, das hat. Und ich glaube, es ist mir wichtig, dass ich heute so, gebe ich so 0815 Standard Quest. Ja, ich habe hier, 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 hier. Ich habe nicht mehr fliegen. Ich kann nicht fliegen. Ich habe jetzt mal schon Bock. Ich habe Bock, kann ich nicht mehr fliegen. Ich höchst nicht so tun. du kannst mir bestimmt etwas verkaufen und kein cool und kein cool rezept heute furchtbar 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 ok die gar nicht dran ja so klang ihn an ihr quatscht hat ja so quasi wünsche mir auch tatsächlich am fang am schlachtgebiet das sind noch so quatsch ganz machen entweder kill oder gewöhnung kill oder gewöhnung tatmisch auch können machen das ist aggressiv aggressiver miauhausen so richtig aggressiver miauhausen furchtbar 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 und 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 Moja, ich bin hier oben. Die Klinge hat mich über die Augen geholt. Okay, cool. Jetzt sind wir fertig. Dann können wir den Requestern aufgehen und dann ja. Zwei per Boot. Ich will dann tausend Nadeln für dich machen. Wir wollen ja wohl... ...durotage schicken und brechen. Ja, dann muss man die machen. Ich kann nicht auf hier. Ja, aber das Leiste fühlt sich ja aber los und los. Es fühlt sich gut. Lass uns mal so suchen. Wir sind doch anders, wir sind doch neusers. Und ja, ich darf nicht schmischen. Dann ziehst du und dann können wir von hier aus... ...dohinna laufen. Dann gucken wir mal, was wir da machen müssen. Wir können dir finden, wie auch immer. Und ja, ich gucke mal. Und wir wollen. Wir wollen. Was wir? Ja, ich komme keinen Fall. Wir wollen. Wir wollen, wir wollen.